hey ihr leute da bin ich wieder euer mr sexpain wir zu neuen folge dying light wir sind bei der mission duftkräuter gewesen wir müssen sechs lavendel sammeln ich habe mir sofort ein ort markiert wo lavendel angezeigt wird also wo wir lavendelpflanzen herbekommen und dann hoffe ich doch dass wir die lavendelpfläche bekommen und kann nicht wunderspielen ja ja falls ihr es noch nicht mitbekommen habt ich habe vorgestern ein live stream gemacht eine kleine lootrunde und ja ich habe einige abos dazu bekommen was mich ziemlich glücklich macht drei abonnenten mein andere sagt sich ja drei abonnenten ist ja gar nichts ich denke mir nur drei abonnenten das ist schon wieder jede menge ist ein anfang wo ich angefangen habe hatte ich 34 abos jetzt habe ich 41 und ich hoffe es kommt noch mehr dazu deswegen wenn du meine videos wenn du meine videos wenn dir meine videos gefallen dann lasst ein like da abonniert mich abo ist nicht zwingenhaft oder ich zwing euch nicht dazu ich sollte abonnenten ihr abonnieren den den ihr auch wirklich vertraut den ihr wirklich das gönnt und ja dann viel spaß bei der folge deigenleid jetzt hier ist doch was das sieht so komisch aus geht es hier aber weiter ja ok ja das sieht auch so aus loot ja noch mehr jubbis Los stirb, sieht aus wie so ein kleines E-Stack Oh, da hat er rote Augen gehabt Komm schon, spawnen hier unendlich Zombies Komm schon, noch zwei Zombies Natürlich Ich töte die zwei Zombies und sie spawnen nach Das ist doch verarsche Los kommt her Hol euch jetzt Und dann kommen wieder zwei weitere Zombies Kommt die jetzt unendlich hier Oh, hier war eine Zombie-Figur So, der Zombie ist tot Ich hoffe, wir spawnen jetzt keine neuen Ich wollte eigentlich die Lavendel-Mission machen Ich bin jetzt auch nö, auch kommt schon Zombies Jetzt scheint es die letzte Oh, für was bekomme ich jetzt tausend Erfahrung Das gefällt mir Einfach aus dem Nichts tausend Dp zu bekommen Vielleicht war das wie so eine kleine Mission, aber Ich habe meistens davon gar nicht, dass es eine Mission war Hier Gibt es hier noch was? Geht es ja irgendwie weiter Ja, hier Okay Kann ich langschwimmen, aber wo komme ich ja hin? Wenn ihr wisst, was das hier ist, schreibt es mal in die Kommentare Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das irgendwie ein Easter Egg oder sowas ist Oh, eine Kiste Sieht schon hammer aus hier Das ist bestimmt sowas wie ein Easter Egg oder sowas Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen Hier geht es nicht Warte 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 auf Was ich keine gesagt habe Nee, doch nicht okay ich kann mir noch nie vorstellen dass bloß wegen den einen weg hier hier muss ich mal ein bisschen besser nachgucken hier so hoch mit dir hoch mit dir hoch mit dir ach komm schon lass mich ja durch ach da bin ich wieder am anfang wie das hier erinnert mich irgendwie an zu holen das erinnert mich irgendwie an island hier scheint es nicht weiter zu gehen deswegen gehe ich mal wieder raus und dann machen wir jetzt die lavendel mission sterbliche liebe event ist ab jetzt kurz und gleich aktiv ja nee das will ich jetzt nicht machen danke für die information aber kann ich denn hier hoch springen wenn ich hier sehe dann nehme ich die mit hier wird sich nirgendwo hier festhalten hier ist auch schon lavendel gegend dann suchen wir doch noch lavendeln da aber dann hier drüben noch irgendwie lavendel so wenn es da da ist noch in der wendel da ist noch etwas lavendel mit kuh kann man nämlich gegenstände aufspüren die in der nähe ist oh ich hab's geschafft puh ich müsste mich auch noch lavendel gegend sein und mich in die irre oh ok hier wäre eigentlich auch ein perfekter Ort um sein leben aufzubauen weil man eigentlich keine angst haben muss vor zombies na gut von reiches männer aber aber wenn du nichts großes hier aufbaust dürfte es eigentlich auch nicht gefährlich werden hier bin ich hier noch in hier ist doch gar lavendel gegend ich brauch noch zwei lavendel 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 wo ist nur da lavendel 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 wo ist das lavendel so habe ich allein da ist da drüben auf den ne da drüben müssen wir ein einziges lavendel fehlt mir noch lavendel wo bist du lavendel wo bist du lavendel 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 wo bist du leute ich finde das lavendel einfach nicht lavendel 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 hier letzte lavendel was war das für ein fehler von mir ist ich bin runtergeslidet ich dachte wenigsten der fall fängt mich auf irgendwie das fall fängt mich auf natürlich das wasser fängt mich auf dachte ich das ist ein boot was ist denn da drinnen tasche da sind und der router das nehmen wir doch mit dann gehen wir gleich noch mal die mission weg schaffen hier da kann ich auch hilfe anscheinend oder oder mit dem hier wieder was verkaufen so gibt mani oder gibt's habt ihr was hallo 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 ich habe euch gerade geholfen du uns einen gefallen neben das hier als dankeschön gerne nämlich gern an so dann gehen wir doch gleich mit dem turm zurück und geben die mission ab so dann gehen wir doch mal so dann gehen wir doch mal so dann gehen wir doch mal jetzt aber jetzt geht es in keilcreen besser aber ob ich das paket noch kriege ich glaube sie weniger muss wahrscheinlich reis männer töten dann kriege ich wenigstens eine hälfte von dem paket noch ok dann holen wir erstmal das paket noch das ist ein ep die ich brauche da schwindet das hier geht ich nicht so dass ein witz sein war das schon alles ja das war noch nicht alles ne verstehe ich nicht ja hier steckt aber auch ziemlich in der scheiße so ist wirklich ein gelände hier das reicht ja langsam mal macht einer auf die obergroßen bosse und könnte mich nicht mal besiegen wie witzig dann gehe ich jetzt bloß noch die mission wegschaffen die ich überhaupt die Lavendel hab so bitteschön ja leute das war's wieder für diese Folge ich hoffe euch hat's gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und macht's gut sagt euer MrExpain Ciao